So, herzlich willkommen zum Metal of a Warfighter. Wir sind in der dritten Mission, die heißt in Feilding-Gebäuse an. Und hier vorne sollen wir hin. Gehen erstmal hier hin. Weil hier Feinde sind. Und los geht's. Wir müssen in Deckung. Den haben wir. Da wendt wieder einer. Wir treffen überhaupt echt nichts hier. Man geht jetzt mal hier hin. Lad mal nach, wir müssen hier mal irgendwie vorankommen. So, rennen wir unsere Kollegen nach, hier am Strand. Also wie gesagt, wir spielen auch schwer. Weil wir auf normal schon durch sind. Uh, Granate, Granate, Granate. Die Bist Frauung. Drottens Steuererung. Unaufhändig. Freikontakt. Was haben wir noch anders unter welcher? In diesem kleinen Devil her geht noch weiter. Das ist ein air-sichter per Tier. Das ist gar nicht über das den End, wir sind in der Reihe. Urheuerung. Boah. Befürchtet sich noch den Schaufschuss. Im Rest der Wälder Moral. Die Reise ist bereits weg. Befürchtet Feuer. Laden, Aufdeckung. Also hier geht es ganz schön zur Sache Leute, wir werden dir hart dran genommen. Ha, hart dran genommen. Wir helfen mal die Granate. Sgt. Wright ballert hier, was das Zeug hält, unglaublich. So, sie rücken vor, meine Jungs, dann können wir nachrücken. So, die Jungs rücken vor. Der Heavy Gunner ballert hier alles weg. So, wir haben den Typen, der da drin stand. Okay, endlich, endlich haben wir den Strand gesäubert. Hier in Somalia. Weiter geht's. Schöne Effekte. Und die Tür durchbrechen. Wir nehmen das Brecheisen. Jetzt losgehen. So, und jetzt Slow Motion Kills. Raum gesichert. Wir sitzen fest. Könnt ihr den Schadenschützen erledigen? Oh nein, der Sniper. Du hast freie Sicht. Zerstör das Gebäude. Link ist in Schutt und Asche. Okay, wir müssen Luftstützung anfordern. Wir markieren das Ziel. Feuer. So, ein Luftschlag angefordert. Jetzt geht's hier gleich alles zu Bruch. Wurrums. Meine Güte, ich seh überhaupt nichts mehr. Wahnsinn. Kaboom. Oh. Leute, ich seh nichts. Gut, Wudo sagt hier lang. Also hier lang. Folgen wir den Jungen? Wir schicken den Bot rein, aha. Okay. Der Bot übernimmt die Aufgabe, jetzt hier rumzufahren. Okay. Okay, Stampy. Ich hoffe, du weißt noch, wie das hier funktioniert. Da haben wir einen. Wieder einen erwischt. Wieder einen erwischt. Weiter geht's. Jetzt ist wieder die Frage, wie geht's hier weiter? Ich hab mich hier schon mal verfahren, als ich das auf normal gespielt hab. Vermutlich hier irgendwie hoch. Ach nein, es geht hier runter. Und dann geht's durch den Tunnel. Tunnel. Das war ein Fehlfeuer. Oh, und abwärts. Hier schießt irgendwer. Das Gebäude stützt ein. So, weiter geht's. Da ist unser Squad. Ihr wollt uns genau unter euch entzielen. Verstanden! Ihr werfen vor, also abtend weg. RPG! Und dann, wir haben uns ein. RPG! Also man nimmt unseren Bot hier aber ganz schön hart ran. Ich glaube die killen ihn gleich. So das Video ist leider gleich zu Ende, wir schauen wie wir mit dem Bot noch ein bisschen vorwärts kommen. Der Bot ist hinüber, oh shit. Oh oh, ich glaube die haben den Bot gekillt. Da kommt einer, ach wow. Ich glaube das war's Leute. Ich fürchte das war's. Wir müssen hier wieder solo weiter. Und das seht ihr dann beim nächsten Mal, denn wir müssen das Video jetzt leider beenden. Was haltet ihr von Metal of Honor? Warfighter, schreibt's bitte in die Kommentare. Spiele lieber Call of Duty, spiele lieber andere FPS. Habt ihr die Schnauze von Militärschulern voll oder wie sieht's aus? Lasst's mich wissen. Bis dahin, euer Ego Schlüter. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.